Die IT gehört mittlerweile längst zu den Kerngeschäftsprozessen in der gesamten Supply Chain. Dafür müssen wir hochperformante Systeme und auch Storage-Einheiten zur Verfügung stellen. In 2007 ist bei Rehau ein SAP-Projekt gestartet, mit dem die Rehau-Gesellschaften in aller Welt mit einem SAP-Standard-Template beglückt werden sollen. Auf der anderen Seite war die Leistungsfähigkeit der laufenden SAP-Plattform am Ende angelangt. Rehau musste zu diesem Zeitpunkt ein unheimlich hohes Wachstum in den Geschäftsprozessen realisieren. Man hatte sich für SAP als Key-System entschieden. Hier war dann die Herausforderung, eine Standardisierung der IT-Welt zu schaffen, vor dem Hintergrund einer schnellen Anpassung an die Geschäftsprozesse. Wir haben uns den Markt angesehen und haben verschiedene Lösungen in diesem Bereich geprüft. Sehr schnell hat sich hier gezeigt, dass die Lösung mit NetApp und FlexFrame die für uns beste, nicht nur kaufmännische Lösung, sondern auch die beste Lösung vom Betrieb her darstellt. Hinter FlexFrame verbirgt sich die Vollvirtualisierung von Serversystemen auf Basis Fujitsu Server-Hardware. Auf der anderen Seite die komplette Storage-Virtualisierung mit NetApp-NAST-Technologien. Wir betreiben heute in unseren drei zentralen Rechenzentren ca. 120 SAP-Systeme. Die Lösung ist absolut leistungsfähig und hoch skalierbar. Wir erzielen entscheidende Performance-Vorteile im Vergleich zu früher im Monitoring, in der Steuerung und auch in der Bereitstellung. Mit FlexFrame vor SAP haben wir den Verwaltungsaufwand vor allem in Anbetracht unsere mehr als 100 SAP-Systeme enorm reduziert und optimiert. Und auf der anderen Seite sind wir in der Lage, schnell und flexibel auf kurzfristige Anforderungen zu reagieren. Die NetApp-Storage-Lösung bei uns im SAP-Umfeld ist integraler und zentraler Bestandteil unserer Private Cloud at Rehau. Dabei ist NetApp nicht nur ein reiner Hardware- oder Storchischlieferant, sondern bietet den ganzen Funktionen wie FlexClone, FlashCache, MetroMörder, SnapVault. Alles das, was wir für einen sicheren Betrieb, hochperformant und für die höchste Flexibilität benötigen. Je komplexer und je komprimierter die Systeme werden, umso wichtiger ist der Faktor Mensch. Und da habe ich feststellen dürfen, dass sowohl bei NetApp als auch bei FlexFrame wirklich die Experten sitzen, die mich auch verstehen, die meine Wünsche verstehen, was ich an so einem System habe und die auch in der Lage sind, das dann dementsprechend umzusetzen. NetApp ist für uns im FlexFrame-Umfeld ein absolut flexibler Partner, hört zu und treibt auch die Entwicklung weiter nach vorne. Aus den Erfahrungen der letzten zehn Jahre heraus würde ich mich zu 100% wieder für die Zusammenarbeit mit Fujitsu und NetApp entscheiden. Und ich bin mir sicher, dass wir auch in Zukunft gut zusammenarbeiten werden. Und ich bin mir sicher, dass wir auch in Zukunft gut zusammenarbeiten können. Und ich bin mir sicher, dass wir auch in Zukunft gut zusammenarbeiten können.